Ich habe Geräusche aus der Altstadt gehört. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. Schreiner! 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 Los! Was ist das? Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Er hat er gesprochen, richtig? Wer ist denn hier, Helge? Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Was macht das Schmuck? Er ist wie ein schmuck, schweigst du durch den Boden, deeper und deeper in die rotte Hände der Erde, in die schmucken Pläste, die nicht vergessen sind. Wer ist denn hier? Hat die Feiertelung Ell knows dass sie Housing wird What are you searching for? 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 Was ist das? Was ist das? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so strange and unpredictable. I could just... I feel like I'm a child again, digging for the treasures in the woods. But this moment will put me in the history books amongst the greatest of adventures. You'll always be just another nothing. See you, Shreiner? Ja, aber das ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Shreiner, Sie sind ein solcher kohärenten Kacker hier. Sehen Sie? Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na, bitte. Sind Sie sicher, dass das wirklich ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Himmel, Sie haben euch ein. Du bist also König Ottos kleines Geheimnis, was? Ich bin jetzt da und ich habe lecker, lecker Fleisch für dich mitgebracht, ja! Amerikan Flash! Gaggenhör! Gaggenhör! Na, bitte. Sehen Sie, Shreiner? Sehen Sie? So beherrscht man einen Monster. Ha! Wollen Sie es auch mal versuchen? Ich stehe her, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna Becker! Nein! Meine Güte! Ah! 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 Safety, safety, safety! Safety, safety! Safety, 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 safety! You don't understand. You never were in control. Jesus Christ, Nazi fits fucking everywhere. Here he is. Fergus. Come on, give me a hand, you lazy bastard. Who's the head, Blazkowicz? How'd you find me? We got a distress call from Pippa. We found their body. They got Wesley too, Fergus. Bloody hell. Come on, miss. We have to get you out of here. Yeah, listen, Blazkowicz. We can't change what happened. You did a hell of a job finding that folder. Which means we've got the location of Death's Head's Compound. Eh, we bloody got it. Can you believe it? There's this dream. Something important. It's gone when I wake up. No time for dreams, I guess. Ah, damn it. Forgot to take a piss before we left. Why didn't you remind me, Blazkowicz? I look like your babysitter, Fergus. Fuck it. Almost there. You sure killed that big fucking monster proper, BJ? The biggest one is still out there. This may be our last chance to topple the Nazi Empire. Now it's time to get it done, eh? And the world is counting on us and all that. No pressure. Except my goddamn bladder. The monster never dies, no matter how many times you kill him. It just sheds its skin and changes form. It feels the weight of the world pushing me down. I try to carry it nonetheless. One last time. Then I can rest. Two last time. You're going to kill this image. Fine my 킁.